Also, so ein Mann gießt keine Ahnung wieviel Stock in so einem Hochhaus seine Blumen und was er nicht bedacht hat, da ist so eine Schnecke, die ist da immer auf der Blume rumgelaufen, die war da schon eine Weile, so eine kleine halt, also nicht, ja scheiß drauf, so eine Blumenschnecke, so eine kleine Blumenschnecke, so ein süßes, nettes Schneckchen, so Schleimding und so, naja auf jeden Fall ist die da immer drauf rumgekommen und er hat beim Gießen die Schnecke runtergespült, also direkt runter halt, also vom Balkon, auf den Boden, zack, weg war sie. Ja, Zeit vergeht, die Wunden heilen, alles mögliche. Zwei Jahre später klingelt es bei dem Altener an der Tür, er macht auf, steht die Schnecke vor der Tür, ey alter, was war denn das gerade? Also ich fand den nicht schlecht. Hi, Tag.